ULTIMATE DESPAIR LIVE Ah, jaaa! Mein Mord tut auch die Charaktere, die anderen Charaktere... ...ändern. Oh, wisst du, ein letztes Mal, dass wir das hier auf extrem Hardcore-Mode gespielt haben und einfach nicht weiter konnten als das erste Haus? Es fängt halt jetzt schon wieder so an. Diesen Map ist halt die Definition von Spawn-Kill. Oh, links sind viele Zombies! Alter, sind das viele! Nee! Drrrrrrrrrr! Uff! Jut! Halb so wild. Haben's doch noch mit Bravour gemeistert. Sagt der, bis wieder der Tank hier aus dem ersten Haus kommt. Ja, es ist halt, ey, teilweise, teilweise was dieses Level bietet, ist schon teilweise Bullshit. Ahhhhhhh. RELOADING! Waren die Links nicht noch irgendwelche Bullies versteckt? Nöööö. Okay, dann eben. Wir gehen durch das Stor! RELOADING! Warum habe ich eigentlich keinen Medi-Pack? Jetzt vergessen schon. HALT, 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 HALT HALT, 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 HALT hier liegt übrigens zufälligerweise HALT 1... THE HALT 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 Irgendwo. Oh, ist g- ah sorry, ist doch keins. Es ist, ich... Ich hab nur dieselbe Textur angezeigt bekommen, halt, sorry. Ist okay, ich verzeihe dir. Ist halt schwierig, wenn wir... Irgendwas aufm Abort? Nimm mal den Kanister mit. Da ist ein Schneemann. Da ist ein... Autsch. Da ist mal Kanister hin. Du hast ihn auf den Schneemann geworfen. Da ist eine Kettensäge. Oh, yes. Wer damit. Das ist so gut. Oh! Sind da viele. Das wird nie alt. Oh, ich hab voll den Pedis weggeseckt. Wie halt da hängt Rudolf tot. Ach so, bitte schießt keine Autos an, weil das würde eine Alarmanlage auslösen. Auch nicht ansägen? Auch nicht ansägen. Also, nicht jedes Auto natürlich, aber es gibt Autos, die halt... Äh, die mit dem Scheinwerf an, glaub ich. Hab ich da nen Tank? Tank spotted. Oh, ich werd ihn zu sägen. Ich seh nur, wie du halt einfach an mir vorbeifliegst. Autsch. Unten steigen sie sich. Oh, geil. Das müsste man eigentlich klippen. Ja, müsste man klippen. Dafür wirst du ja noch die Möglichkeit haben. Ja, ja. Eine Stunde... Ungefähr eine Stunde zwanzig. Gut. Fy. Ja. Ziemlich genau. Eine Stunde zwanzig. Ich werd uns am Ende des Jahres wohl auch so ein kleines Highlight-Wheel zusammenstellen dann. Könnt ihr? Mhm. Wird auch vielleicht in zwei Parts aufgeteilt, je nachdem wie lang es wird. Geh nicht auf... Best! Best of Ultimate with Despair! Einfach... Zehn Sekunden schwarzes Video. Ende. Ja, das wird dann... Das wird dann mein... mein April Fools... Gag. Äh... Ich hör... Ja, der Charger ist tot. Einfach so zehn Minuten schwarzbild. Seid ihr denn schon wieder? Ich bin schon wieder im Haus raus. Ähm... Ja, hier... Hier sind halt... What the fuck... Ich hab halt Laser Sights. Oh, das gefällt mir. Aber... Halt keine... Ich hab halt keine Primärwaffe halt. Ich schon. Ich hör dich auch aber... Where ford art thou? Du kannst auch ruhig was sagen, wenn irgendwie ein Hunter auf dir drauf hockt oder so... Ich muss den Laser Sights, hast du gesagt? Zweiter Stopp. Äh... Spitter hat mich, Spitter hat mich, Spitter hat mich, Spitter hat mich. Dankeschön. Ich werde mich mit. Ich verflasch. Ach, Spitter... Ich bin... Ich bin... Ja, Smoker... ...ist doch fast das gleiche. Sie sind bei diesen großen Schlangen. Ja. Es ist Salz, okay. Und Cola. Ah, so schön weihnachtlich. Es ist Schnee, es regnet. Wir haben einen Weihnachtsbaum. Oder Schnee, Regen spielen ein bisschen Schneematsch. Bei der Kapelle müsste dann, glaube ich, eine Witch sein. Die Säure ist einfach Schnee. Weihnachtlich. Das Weihnachtssitz ist ja. Das Weihnachtssitz schon. Ich höre eine Witch. Jupp. Das ist Dr. Pepperdreger. Justin Bieber. Da komme ich nicht vorbei. Da vorbei. Nö. Oh nein. Oh nein. Ich säge sie. Ich säge sie. Rügi, bist du... Ach so, Rügi, du bist übrigens gemutet, ne? Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, weil... Ja, nein. Ist die Witch doch? Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum sagst du nichts, dass ein Hunter auf dir drauf sitzt? Warum die Witch... Wieso gehst du da nicht drauf ein? Und... Okay, geil. Aber mittlerweile sollst du eine halbe Stunde lang, oder? Spielen die da Heaven's Door? Nee. Gefühlt halt schon, ja. Ja, auch gut. Deswegen habe ich auch keine Antwort von dir im Kaufhaus erhalten. Ach so. Auf das, auf das, auf das, dass du so gut bist und so, halt. Jetzt ergibt doch alles Sinn. Ja, ja, ich schieße eben gerne auf Alice. Der ist einfach so eine gute Zielscheibe. Alter. Das können ja bitte mal echt eine halbe Stunde gewesen sein. Ungefähr, ja. Nein, ich habe ein, äh, Dings, da irgendein, Zungenviech, 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 Zungenviech. Ja, 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 wie heißen sie denn jetzt? Ja, äh, Smoker. Smoker. Alter, man hört das jetzt auch mal auf, dass ich mich mal heilen kann? Nö. Zwischen Reste, kann man nicht so sein. Ach so, scheiße, wie weiß ich, alleine? Äh, ich habe... Ich habe aber kein Medicaid. Diesmal ist er eigentlich gestorben. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, das muss gerade eben erst passiert sein, weil das jetzt mal nicht draufgeschaut hat. Oder was ist denn, noch volle Heben? Oh, hier ist eine Kiste voller Pipes. Was? Äh, Rami, hier ist eine Kiste voller Pipes, wo ich stehe. Yes, 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 yes. Das sind Pipes, ach so. Für mich sind das Zuckerstücke. Äh. Es ist halt nicht gut, dass die auch nicht geheimladet werden. Das hilft halt nicht. Ich muss aber dazu sagen, seitdem du dich entmutet hast, das haben wir ja wieder ein viel dynamischeres Spiel hier irgendwie. Das stimmt. Rami, kann ich vielleicht deine Pillen haben? Äh, nö, weil hier ist ein Safehouse. Also, f*** dich. Ey, das ist aber nicht so nett. Und zu. Puh. Das war doch gar nicht so schrecklich. Nur extrem halt. Joah. Ich hab den Tank für genau 895 Schaden gesägt. Dafür, dass du den Tank ansägen wolltest, war das trotzdem nicht. Ja. Und der mich dann einfach so wegbitchesnackt. Ja, das ist so. Du rennst halt auf Santa zu und Santa so disrespected dich halt. Ja, you've been naughty. Ja. Ich hab mir gefühlt, ich krieg dieses Jahr Kohle zu Weihnachten. Und die Geln. Ich muss zum ersten Mal eine Geln. Oder wie es mit mir ist eine schöne Smith & Wesson. Oh nein, excuse mich. Es ist ein Storik-Hol. Ich bin gehalten. Wir starten das Lippen und keiner von uns hat Medifacts. Geil. Wollt. Doubt. Doubt. Ja, also du hast alles. Ja, du hast einmal volles Mütter. Außer ne gescheiten Waffe. Keiner von der voll gescheiten Waffe. Das stimmt, Alex. Na gut, Katana. Was ist das? Ist das ein Medipack oder ist das nur... Das ist ein Goldmiss. Okay. Achso, ein Medipack. Nehm ich. Ja, also war es doch... Es war doch ein Medipack, ja. Es ist auch der Medipack direkt vom Safe-Dum gelegt. Ja, da war ja ein SWAT-Ding. Ich hab Achievement, Grave Rover. Jetzt wurde er von so einem SWAT-Zombie gedroppt. Ah, da hab ich halt nicht erkannt, weil bei mir sind alles Gingerbread-Mans und Nussknacker und Elfen. So, Gingerbread-Char-Char. So ein Gingerbread-Man mit SWAT-Ausrüst-Zong. Hallo? Ja, so gut geht's dann doch nicht, halt leider. Okay. Wow. Los, bitte. Los, bitte. Oh. Hallihallo. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Help! Ah. Ich bin immer aus dieser Wolke, halt. Ja gut, äh, hat noch wen Medipack? Äh, ja, warte. Komm her. Oh ja. Ich bin immer aus. Oh. Ich versuche das hier, ich versuche. Die nächste Horde kommt halt. Ja. Was muss gut werden? Das muss eine gute Explosion? Okay, das ist meine komplette beschissene Rasse. Äh. Wo müssen wir überhaupt hin? Äh, ich weiß es nicht. Das ist eine ausgezeichnete Frage, ich glaube hierdurch. Ja doch, hierdurch müssen wir glauben. Oh, hier ist Explosiv-Money. Und eine M-16 oder M-4, was weiß ich. So, hab ich mir meinen Medipack dafür liegen lassen müssen. Exklusiv-Money ist ein... Cintiq Companion 2. Professional Creative Tablet. So, absolut keine Schleichwerberkeit gemacht. Hat irgendwer meinen Medipack geklaut? Oder ist es einfach despawned? Das ist nicht der alte Blatt. Scheiße, ja, stimmt. Eine Minute. Was für mich? Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Der Hunter, da wüsste auch nicht wirklich was was. Bist du nicht? Aus dem Fliegenhörn. Das is bullshit. Das is bullshit. Shit. Aber mir wusstest du eigentlich, dass es auch einen Left 4 Dead Klonen in VR gibt? Oh nein, aber wobei, es gibt ja auch Trouble in Terrorist Town in VR und ich würde mal behaupten, die würden dieselbe Engine dann verwenden. Ja, würde es dann machen zumindest. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich weiß nicht, ich glaube geradeaus, wo er auch Rüge ist. Wenn der von dem Ding ist, muss er hoffen, damit er sich rein. Okay. Ich liebe es ja einfach, wie unsere Charaktere nur noch mit einem Bruchteil der Geschwindigkeit laufen, wenn sie in ein knöchelhohes Wasser reintreten. Ich muss Knäuschen weg, aber an meinem Häuschen. Deshalb will ich schlägen in dem Kuchenhaus. Ja, dann gibt's fucking Among Us in VR. Ja, gibt's tatsächlich, gibt's tatsächlich. Ich hab mal Among Us in VR-Chat gespielt. Das Problem wurde nur, das hat dann irgendwann zu einem Danganronpa-Roleplay geführt. Mit einem Haufen Fünfjährigen gefühlt. Ich will's nicht, ich will's nicht, ich will's nicht, ich will's. Nein, einfach. Und jetzt ist der Punkt, wo die Geschichte abbrechen wird. Ich, ich akzeptiere, also, na, ich, ich, ich hab, ich höre, was du mir gesagt hast, wie der Weihnachtsbaum hier runterfällt. Und, ähm, das war's auch mit der Geschichte. Sobald ich das gesagt habe... Ich hab herausgefunden, ich hab herausgefunden, Universe Sandbox hat auch einen VR-Mode. Ja, das ist ja geil. Ja. Ja. Wo geht's jetzt weiter? Jungs? Tja, man kann die Tür ja aufmachen. Kann man? Dachte ich auch, ne? Nee. Ich, ich höre hier irgendwo einen Dicken. Ja, okay, Tür ist tatsächlich Deko. Boah, Dekotüren ist schlimmer als Dekotaschen. Kenn ich das irgendwie, wenn ihr eine vollgeile Jagd findet und... Hier, 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 hoch, 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 hoch. Hab's gefunden. Äh, rechts denk ich mal, oder? Und dann hoch, ja. Bin da. Naja, ich muss kurz was Feuer haben. Ja. Warte, schnell da. Äh, geht's, oder bitte mal schauen. Boomer. Hm. Okay, Boomer. Du musst, du musst in die Bar rein und in der Bar führt dann so eine Treppe hoch. Ich höre die Bar. Okay, Kanalisation, ja? Wow. Also dieses Wasserstück da. Ja, genau. Da geht's doch so runter in so eine Bar. Oh, okay. Also vom Wasser aus, oder? Genau, vom Wasser aus. Da gehst du dann so rechts. Und dann geht's ja rechts runter in so eine Bar. Okay, ja. Okay, ja. Und du gehst durch, und hinten rechts geht dann eine Treppe hoch. Ja, okay. Und wenn du es dann geschafft hast, ich gehe oben ein Medipack. Oh, Medipack sagst du? Hm. Und eine Spass, aber, ne. Mag ich grad nicht. Ah, hier ist sogar nur eins. Ich habe einen Jockey irgendwo. Oh. Mal kurz zu unten, Mully. Ah, ich hatte noch eine Pipe. Ne, die Pipe ist besser. Frantan willst du dich heilen und dann hier das nächste Medipack mitnehmen? Äh, wo liegt's? Oh, Jockey hinter uns. Der ist aus dem Festerhaus gefahren. Der ist halt, äh, im, im Haus zurück. Kommen mich da überhaupt noch hin? Ich weiß nicht. Ich müsste dann einfach über die. Where? Bisschen aus vom Jockey, der hier rumlungert. Welchen Raum? Achter. Ja. Let's go. Let's go, let's go. Okay. Ich öffne mal ein Fenster. Äh, ja, du bist, äh, uns auch schon weit voraus. Oh, fuck. Spitter gesnipet. Biasch. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, hier aus dem Fenster zu springen, weil wir müssen erst eine Etage... Ja. Erst eine Etage runter, um dann aus dem Fenster zu springen. Logischerweise halt. Ich kann auch, um meine Hüfte auszukugeln. We got a charge! We got a charge! We got a charge! Was haben wir denn ich für eine fette Hitbox? Dass der mich so noch getroffen hat. Ja. Ich bin halt gedodged. Scheinlich gut genug. Jungen! Jungen! Nein, Schittern. Ich hab seinen kompletten Arnuss entfernt. Einfach wo sein Arsch war, einfach nur so klaffendes Loch. Was ist das erschüt? Gute Frage, gute Frage. Äh, Medipack? Äh, ich geb's auf. Oh, ja, hab ich. Danke. Okay. Äh, Smoker. Äh. Smoker hat mich. Smoker ist tot. Gut. Ah, ab in den Untergrund. Ah, das ist hier ein Metro-Crossover. Goll. I... Thanks, I hate it. Ah, das wird dann... Medipack? Nein. Das wird, ähm... Äh, Tortur. Sehr. Sehr unschön. Aus... bitte... Boah, das war ja immer ein scheiß plötzlicher Splitter. Splitter. Oh, das hat der uns gesnipht. Der hat sich irgendwo in der Ecke verkauft. Gibt der? Hat er gecapt und der muss tot sein. Nee, der ist tot. Hunter. Oh, schütt. Oh, schütt. Ja, fällt auf mir drauf. Alter, Rudolf. Hm. Es gibt bestimmt jemanden, der hat irgendwie so ein Pädobär gegen gemacht für einen Hunter. Stimmt. Oh, Gott. Garantiert. Ich glaube, wenn du im Steam Workshop noch Pädobär guckst... Pädobär sind auch so die 2011 Memes. Keine Sau mehr kennt. Ich meine... Äh, Jockey hier dran. Wir können, wir können auch noch zu ganz anderen Memes. Halt. Ja, wir sind noch vom alten Schlag. Äh... Die guten alten Raptor-Memes. Oh, ja. Ich fühle aus den Raptor. Ich fühle aus den Raptor. Und die... Und die guten alten Facebook-Rage-Comics. Ja. Hast du noch Witch drauf? Hashtag 90er-Kinder. Bestel-Life. Ah, wacken die Kinder auf den Treffer. Der hängt ein bisschen rum. Der hängt ein... Der hängt ein... Ah, fuck. Warum schon der ich? Ich bin von allen am meisten wegstanden. Ich weiß halt nicht, wieso du die aufgeschreckt hast. Ich weiß es auch nicht. Wieso ich die aufgeschreckt habe? Aber ich habe gesehen, dass irgendein... Okay. Ähm... Ja, viel Spaß zu drühen. Das wird jetzt der größte Pain überhaupt. Die... Die rennt einfach nur rum. Ja. Stoppst du mal? Die Witch greift niemanden an. Ach, nur der, der es gestattelt hat? Okay. Ja. 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 Das ist ja auch irgendwo. Okay. Der Plan ist... Wir springen... Und rennen. Wir springen und rennen. Okay, let's go. Seid ihr bereit? Warte, warte, erst einmal nachladen nochmal, Alice. Minimal mache ich mir kurz was Neues zu trinken. Ja klar. Okay. 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 Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Nochmal nachladen. Oh nein. Und da unten kommt eine Horde. Okay. Wie die Lemminge. Und... Go. 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 Du musst schon go sagen, bevor du springst. Okay. Wie kommen... Das die Leiter, das die Leiter, das die Leiter, das die Leiter. Sprinte. Das ist so ein Abfuck jetzt. Ja. Hinten links waren ganz viele Goodies. Run to safe. Der größte Abfuck, der Abfuck kommt jetzt. Dammit. Keep moving. Ich häng fest. Warte. Nochmal. Nochmal. Ich häng fest. Rette mich bitte. Wo hängst du fest? Wo hängst du fest? Wo hängst du fest? Ich komm mich nicht bewegen. Welche Leiter? Welche Leiter? Hinter dir. Wie hängst du da fest? Du läufst doch. Ich hab gar nicht. Fass gar nicht. Bist du jetzt oben? Oder kommst du jetzt hoch oder? Okay. Ich bin schon da. Das ist alles. Hunter von rechts. Okay. Oh ne. Okay. Let's go. Deine Palme schmeißen? Äh. Ja. Bitte. Renn. 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 Es ist einfach außer dunkler kochen. Damn. Haha. Boomer. 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 Okay. Go. go. Einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Ah. Hunter auf mir. Hinter dir. Hinter dir. Ah fuck. Sieht nicht gut aus für mich. Hast du Pillen? Ne auch nicht. Nein. Sorry. Jetzt kommt halt der Schlimmste. Jetzt kommt der Schlimmste. Der Tunnel. Secret Tunnel. Secret Tunnel. Alter, ihr macht das. Secret Tunnel. Jinks bitte nichts. Ja, du hast die Hunter Episode halt schon verpasst. Oh, da war einer mit dem Medi-Pack. Ah nein, scheiße, ich bin down. Gleich. Weiß nicht, ob mein Spielsdruck ist, aber ich sehe gerade den schwarzen Bildschirm. Ich bin down. Ja, nee, das passt schon. Char-Cha! Renn einfach. Wie jetzt? Ich bin alleine. Ja, du bist alleine. Renn einfach. Wie, wenn der Char-Cha mich hat? Anhaltlich. Nein, aber... Renn, du schaffst es. Ich glaube an dich. Ja, der hoch und dann... Uff! Nein! Nein! Scheiße! Nein! Du hast den Safe-Rank gekrochen. Und wir sind jetzt ganz weit hinten wieder. Ja, das ist halt der größte Abfuck von allem. Ja, deswegen... Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Kapitel... Oder diese Story hasse. Ja. Ist es nicht ganz so stressig wie das Auto, ob es das mit absolut Abfuck? Kann mich bitte verheilen? Ich... Ich hänge am Seiten-Anfaden. Aber die Piper, die bist am Ende. Ja, die behalte ich halt auch. Ich lege aber trotzdem nicht immer mit E-Pack. Ich bin schwöre. Ja, weil das sind... Ja, bei mir ist es ein Nussknacker mit einem Geschenk auf dem Rücken. Boah, ist die Shotgun-Scheiße. Spitter rechts und Smoker. Ja, der hat mich halt. Und Tank wieder. Aber woher? Weiß ich nicht. Ah. Ah! Hinter dem massiven Weihnachtsbaum. Fokus auf den Tank. Tanked out. Gut, 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 gut. Oh, ich brauche mal eine andere Primary-Vild-Shotgun. Das ist irgendwie echt scheiße. Into the Pool-Hall. Hier gibt's andere Primaries. Stimmt. Liegen wir hier praktisch auf dem Tisch. Ich muss die Mac-10. I got seven Mac-11s, support eight, thirty-eighths, nine-nines. They call me Mac-10. They call me... Na, das hat sich so gut niemals... Ja, ne, mal halt die Scar. Das ist besser als nix. Äh, das ist mir die Mac-10 sogar noch lieber. Aber ich hab... Ich hab, wie gesagt, keine Mac-10, sondern eine Sniper. Das hab ich an meine Pipe irgendwo liegen gelassen. Na, egal. Neh ich mit Molly mit. Hat die heute hier die Explosiven nochmal? Ja, hab ich. Und die Spurt wieder? Nö, hab ich nicht. Äh, mich hat ein Smoker. Doch nicht. Er war zu leer. Und ich hab euch verloren. Ah, links. Äh, ich bin da auf dieser Planke. Ah, ich hab die Planke, okay. Stimmt, hier links hoch. Irgendwie nimmt Alice auch immer das nicht. Mich hat ein Charger, mich hat ein Charger, mich hat ein Charger, mich hat ein Charger. Ich bin... Äh, ich bin fast tot. Fast tot. Äh, ja, jetzt wär's mal gut, zu schauen, ob da immer noch... Ah, erstens mal bessere Waffe. Zweitens mal, ob da immer noch dieses Midi-Pack liegt. Hier sind ganz viele von Spritzen. Ich werde mich trotzdem heilen. Hier sind Spritzen, ganz viele. Ah, wenn ich mich heilen... Spielt. Dün, 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 dün. Nur Spritzen mit, wenn du noch... Äh, wenn du raus. Ich hab den. Ich hab den. Also. Ich hab die Peels. Peels? Ich muss die Russen nehmen. Da ist ne Pipe. Ah, die wollte ich gerade haben. Naja. Je mehr Pipes wir haben, desto besser. Ja, dann haben wir eine Molly, wenn du keinen hast. Lieber als ein Molly. Also, ich hab einen Molly. Du hast einen Molly, ja, okay. Das gute alte Heineken. Everybody grab a weapon. Ich schau, ob hier irgendwie... ...packs noch um den... ...würde ganz gerne mal eine... ...eine, ex-plosiven Molly erstmal für den Laden. Was kannst du nehmen? Sorry? Werde ich deine Witch? Charger? Rechts? Ich wäre keine. Keine. Das ist auch ein Wort, das hab ich schon ewig nicht mehr gehört. Ja. Doch, da ist definitiv der Witch-Sturm. Ja, ich hör's auch irgendwie. Ja, da direkt im Eingang. Direkt im Eingang, sagst du? Okay, das hat Toschenland raus. Ja, da ist der Posteingang. Bin halt volle Kanne reingestürmt und hab sie angeschaut. Ja, wahrscheinlich erwischt es nicht, wenn wir da. Er ist doch der einzig Zeig. Scheiße. Hier goes nothing? Okay. War, ich bin durch. Oh, du hast sie gestartet. Nee. Doch. Nein, komm, dich. Ja, sorry. Ich hab sie nicht einmal angeschaut, als sie war gestartet. Ich hab nicht mal ein Defi. Ja, das ist diesmal seid ihr diejenigen, die dran seid. Seid, durch die Kanalisation durchzurennen. Bitte nicht hier irgendwo die Witch. Die Witch sind so hoch hier runter, grad nicht. Ja, die Witch attackiert euch nicht, nachdem sie eine Person... Gar nicht mehr. Die ist hier einfach weiter weggelegen. Gar nicht mehr. Ja gut, äh, Arsch zusammenkleifen und doch noch. Ganz genau. Obwohl Augen aufschalten nach dem Defi. Das ist noch ein, äh, Hufftrack. Ja, bleib da. Hufftrack nämlich gerne. Gute. Ja, wo warst du denn? Äh, Jockey. Und, äh, Jockey. Ja, genau. Boah, was? Wo bist du denn? Ja, klar, wollen wir weiter. Links, links. Ja, da rein. Da rein, genau. Warte mal, Alice ist down. Oh, fuck, ich hab mich kotzt. Wo ist Alice? Wo ist Alice? Oh, ein Schadens von mir. Ich hör in dem Raum nebenan schreien. Ja. Ja, wer das braucht, dann. Ach, nee, Alice ist, äh... Ja, Alice ist, äh, zu zweit komischen. Ja, sicher. Ah, und ich hab den Zündchen mit dem Medipack wieder gefunden. Cool. Jetzt stürm. Ah, nicht so gut. Ich hab den, ich hab den jetzt drei Magazinen reingezogen. Hallo? Hallo? Stürm, ist er stürm? Er stürmt nicht. Ähm. Ist das ein Bug? Nahtkampf. Nahtkampf. Oder Headshots. Sniping. Tod. Halt ja, holy shit. Du Scheiße. Weiß nicht, ob das vier Magazine von der M4-Wert war. Aber das sind ein Chiefment unlocked halt. Äh, kannst du nicht wieder halten? Ja, komm, ey. Hm, äh, ja. Danke dir. Ja, ja, ich bin definitiv in Weihnachtsstimmung. Du kannst es ja sehen. Äh, alles sehr weihnachtlich hier. Alles sehr weihnachtlich. Hauen wir mal noch Pillen rein. Ah, ah ja. Christmas-Feeling ist da. Die ganzen Nussknacker machen es, machen es sehr weihnachtlich. Ja. Ja. Voll in den Nacken geschossen. Ich finde es gut, dass ihr zum Zweizeit euch immer noch in den Rücken schießt. Ja, also mit der Formation muss man noch üben. Ich hab hier auf der Treppe, ich brauche halt nicht. Ich renne runter. Also er rennt nicht runter. Du kannst gegen Ankempfe immer schon. Ja, ich bin jetzt gleich unten in der Kalorisation. Hallo, hallo. Jetzt nicht. Ich bin unten in der Kalorisation, ich bin da unten. Fucking... Was? Aber Hauptsache das Feuer nochmal... Oh, schön. Ey, ich hab da gegen Ankempfe hat mich trotzdem... Perfekt die Zeit heruntergesteuert. Ja, das schaffst du schon alleine, ne? Absolut nein. Halt, nein. Du kannst ihm noch aufhelfen. Ich geb dir auch ne Spritze. Hey, cool. Ich war immer besser. Kann ja was zu werden. Rechts ist die Leute. Hier ist auch ne, hier ist keine. Du hast natürlich vollkommen recht, die Schneeflocken und die Anime Girls, die sind auch sehr weihnachtlich. Keine Ahnung, was das für ein Charakter hier ist, aber... Healthpack? Sehr weihnachtlich, sehr weihnachtlich. Den haben wir da, auch sehr weihnachtlich, vor allem diese Wolfsohren hier, sehr weihnachtlich. Sehr weihnachtlich. Ihr seid zu zweit. Das wird so ein Abfuck. Ihr müsstet euch halt schon mal komplett heilen. Ich hab halt keine Pipe mehr. Und da ist ein... Ich höre ein Hunter. Aber ich hab noch ne Pipe. Oh, Smoker. Smoker, Smoker. Rechts, nix. Das ist ein Smoker, das ist ein Smoker. Hallo? Hallo? Auf dem Jockey. Auf dem Jockey. Wie geil. Der eine ist in dem einen Gang mit dem Jockey auch drauf und der andere ist im anderen Gang mit dem Spitterhalt. Äh, Smoker. Wie geil. Ich sehe, wie du vorhin vom Smoker weggezogen bist, drück dir noch drei schöne Schüsse in den Rücken. Und dann vom Jockey weg ist. Ich muss mal kurz zuhören. Okay. Ich sehe, wie du vorhin vom Jockey auch auf dem 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 Jockey auch